Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Roblox zusammen mit Gaming Ghost. Hallo Gaming Ghost! Hallo Ivo, wo bist denn du? Noch nicht rumlaufen, wir sind auf verschiedenen Fragment Plaza Servern. Ja, wo finde ich dich denn? Ähm, du findest mich überhaupt nicht, weil wir auf anderen Servern sind. Aber warte noch, bevor du anfängst. Wir haben in dem Video eine Challenge. Und zwar gucken wir, ähm, hast du in deinem Inventar Love Lions? Ja, ganz viele. Dann warte, Love Lions. Okay. Okay, ich hab auch welche. Wir dürfen nur Love Lions vertraden und gucken, wenn wir die weg haben, müssen wir neue Ei hatchen. Und gucken, wer in einer Viertelstunde mehr hatchen kann. Okay, nicht mehr hatchen kann, sondern mehr verkaufen kann und mehr damit machen. Bist du bereit? Ja, bin ich. Aber warte noch nicht. Geh erstmal zu der Bank und kauf dir mal eine. Ja. Okay, dann geh auf My Bank und dann geh auf Deposit. Ja. Guck mal die Knöpfe unten, wo Deposit steht. Ja. Und dann wähle unten bei Diamanten. Ja. Drück da einmal drauf auf die Zahl. Ja, hab ich. Ja. Und dann gib ein, ähm, einfach 8M. 8M. Okay. Genau. Und dann drück irgendwo hin, irgendwo raus. Und dann Deposit. Okay, so viele, äh, ah, okay, jetzt hab ich nur noch 50. Äh, ja, dann musst du 50 drauf machen auf Deposit. Ja. Weil du darfst wirklich keine Diamanten mehr haben. Weil wir fangen ja von Null an und gucken, wer mehr kriegen kann. Genau, ja. Okay. Ich mach auch Deposit, all meine Diamanten. Dann mach ich bloß noch meine Hugepads auf die Bank, dass niemand weiß, dass ich welche besitze. Und Deposit. Okay, bist du bereit? Wie viele Diamanten hast du? Ähm, ich hab jetzt 80. Warum auch immer? Warum kriegst du die ganze Zeit automatisch? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nichts verloren. Okay, dann mach jetzt schnell los, bevor du so viele kriegst. Alles super, 80, keine Ahnung. Also 80 ist jetzt der Stand. 3, 2, 1, ab jetzt. Und los. Warte noch. Nein, nein, warte. Okay, wir dürfen uns dann einen Stand klemmen. Ich muss erst schnell den Timer starten. Ja, 15 Minuten. In 3, 2, 1. Ab jetzt 15 Minuten. Okay. Es geht los. Jawohl. Ich hab einen Stand geclaimt direkt schon mal. Ja. Wenn du Ding nicht klemmen kannst, dann ist es ein Bug. Okay. Also geh an anderen Stelle. Dann bin ich gerade an einem Bug. Und hier auch. Ich komm dann nirgendwo dran. Ja, okay. Da scheint was zu gehen. Hier ist einer. Okay. Den nehm ich jetzt. Also, ich fahr-trail jetzt alles erst mal. Ähm. Ich guck schnell mal das Value im... Der ist schon geclaimt. Ich guck schnell mal das Value im Internet von dem Loveline nach. Bis gleich. Okay. Okay, ich hab geguckt. 3 Millionen ist einer wert. Also geh ich zu meinem Stand und verkauf die hier für 2,5 Millionen. Okay. Ich bin gerade gecancelt worden. Echt? Warum? Ja. Der wollte meine Lovelines nicht haben. So, dann mach ich gleich mal 2,5 Millionen. Nach mal traden. 2,5 Millionen. Und fertig. Sind alle drin. Der ist gerade im Trade. So, jetzt schauen wir mal. Dann trade ich die mal an hier. Okay. Er hat akzeptiert. Dann mach ich schnell mal nen Loveline rein. Ready. 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 Ach, jetzt hat er gecancelt. Wie doof ist das? Wow, Wahnsinn. Was? Hast du gerade was krasses getradet? Ich hab was krasses getradet, ja. Was hast du ertradet? Warte mal kurz. Ich muss mal eben... Stroll am besten mal runter und guck, was du ertradet bekommen hast. Und was hast du? Ein 404 Mythical Dream Dark Matter. Das ist ein 404 Demon. 404 Demon. Ja, ja. Hat der mir gegeben. Ja. Krass. Und noch ein Astral Axolotl. Ja, das ist auch krass. Dark Matter. Okay, beeil dich. Beeil dich jetzt dennoch. Weiß ich nicht, wie viel Zeit. Das ist ja klasse. Mal gucken, was der möchte. Okay. Wie kann man diese komischen Viecher wollen? Wie kann man diese Love Lions wollen? Verstehe ich nicht. Warum canceln alle? Bei mir canceln alle. Ich glaube, die sind einfach doof. Ja, bei mir auch. Ja, aber du hast was krasses ertradet. Ich habe was krasses ertradet. Sollen wir mal vier rein von den Dingern? Aber ich tue sie mal alle rein. Ja. Alle. So. Komm. Ne, schenken wollte ich es dir nicht. Ich möchte auch noch was dafür. Sag mal, was du mir gibst. Hallo, kann der mal ready machen? Ja, klar. Klar. Und dann canceln. Ja, was willst du? Ich möchte dir ein paar davon geben. Wie viele Love Lions hast du schon verkauft? Null. Null? Er hat zehn Gems. Der gibt mir nichts dafür. Wo ist Cancelled? Na dann. So, schauen wir mal. Was haben wir denn noch? Hallo, was will der? Ich habe Really Bro gespielt. Ja, der will mir zehn Gems dafür geben. Wie durft... Nö. Nö. Jetzt nehme ich seinen Gems nicht mehr. Der gibt mir nix. Den muss man nochmal probieren. Den muss man annehmen. Und nochmal die Love Lions rein damit. So, komm, gib was. Ja, 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 ja. Zwei Pixel, die man... Haha, ein Huge, ein Huge habe ich gekriegt. Hast du nicht. Nee? Du hast keinen Huge. Das glaubst du auch nur. Der hätte dir niemals einen Huge gegeben. Du hast keinen Huge. Ach Mist, ich habe gedacht, das sah so aus. Der hat wahrscheinlich den dann gecancelt in der letzten Sekunde. Der hat in der letzten... Das ist ja ein Verrecker. Ich habe zwei... Ich habe jetzt zwei... Der hat da das Huge einfach reingepackt, weißt du? Und dann ist er abgehauen. Und ich habe zwei Pixel Demons bekommen. So ein Poser. Zwei Pixel Demons in Dark Matter. Mal gucken, was die Leute mir dafür geben. Wie viel Zeit ist noch? Ich kann mal gucken. Es sind aktuell noch zehn Minuten. Dann suche ich die mal, diese Pixel Demons. Dafür kann ich dir... Drei Daphne geben. Und zwei Safari Cats. Dafür? Ja, ja, ja. Ich kriege gleich einen Exclusive Balloon, Korgi. Ja, ja, ja. Ich habe für drei Knife Cats und zwei Safari Cats gerade einen Balloon, Korgi. Was? Exclusive bekommen. Ja. Wer hat dann jetzt mehr gekriegt? Also ich habe was Krasseres bekommen. Nee, ich habe ihn gefragt, ob er mir was gibt. Der wollte mir nichts geben dafür. Die Leute wollen immer alles geschenkt. Zwei. Oha, wie krass sieht der aus. Der ist mega cool, der Balloon, Korgi. Okay, dann trade ich die weiter an. Ich gucke jetzt mal, was die mir für diesen Balloon, Korgi geben, die Leute. Ja. Können wir die... Was ist denn das hier? Was gibst du mir dafür? Ich mache mal drei, vier... So, was cancelled. Die wollen keine Love Lines. Ja, weil sie bei Sinn und Verstand sind, nehme ich an. Na, verstehe ich ja auch. Ich würde die auch nicht wollen. Laser Beam. Mal gucken, was der will. Der echte Schabe, ja, von wegen. Pending, pending. Das dauert mir zu lange. Was haben wir denn hier? So, dann trade ich die an. Ah, hier ist noch jemand, der noch keine Löwen hat. Machen wir mal so. Was cancelled. Was gibst du mir für den Balloon, Korgi? Ich denke, wir dürfen nur Love Lines machen. Nein, dürfen wir nicht. Was machst du? Nein, das machst du nicht. Ja, dann kann ich ja auch was anderes verkaufen. Toll. Super. Ich kann ja noch das, 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 das. Das, 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 das. Okay. Das, das, das. Das machen wir. Das, 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 das. Das. Na komm. Übertrag. Ich bin ready. Ich hatte schon auf ready geklickt. Was gibt der dir? Was cancelled. Schade. Der hat einen Haufen Zeug reingeworfen. Ich weiß nicht, was das alles war. Sah aber gut aus. Sah interessant aus. Party-Axoloten. I don't trust you, heißt da einer. Super. Schauen wir mal, ob er mir trustet. Ob er was gibt. Nein, was cancelled. Uninteressant. Jetzt probiere ich nochmal, die so zu verkaufen. Weil ich halte mich ja an die Absprache, dass es nur um die geht. Und verkaufe nichts anderes, außer den Lovelines. Ja, ich hab's ja auch dafür verkauft. Ich hab... Ja, aber es ging drum, was jetzt jemand... Was jetzt jemand, äh, für die restlichen Lovelines gibt. Ja, hab ich ja auch gemacht. Ich hab nur kurz was anderes gemacht. Aha. Aber das zählt nicht. So, und jetzt verkaufe ich quasi die Sachen, die ich bekommen habe? Nein. Dann zählt dieser... Benatzig. Dann zählt dieser Korgi einfach nicht dazu. Genau. 3B. Nee, Chest Mimic. Present Chest Mimic. Äh, hier. Der ist normal. 2,5B. Den verkauf ich für 2,3B. Wenn der es für 2,5 verkauft. Ich probiere nochmal diesen echten Schaden. Vielleicht lässt er sich ja auch was anderes näher, wo er es ignort. Auch gut. Mal den nochmal probieren. Und dann verkaufe ich den jetzt für 2,3. So. Mach weg. Den hatte ich, glaube ich, schon mal. Ist er in der Trade? Ich hab keine Schaden. Ah, jetzt. Da kommt noch was. Was canceled. Ja, ja. Der hat mich wiedererkannt und wollte nicht. Echt? Ja, ja. Okay. Ich verkaufe jetzt gerade... Du musst die Sachen auch an deinem Stand verkaufen. Das weißt du. Ja, ich finde keinen Stand. Das ist das Problem. Wir haben noch 5 Minuten. Ui. Okay, dann probiere ich es nochmal. Ich hab keinen... Ich hab keinen Stand bekommen hier. Ah, jetzt kann ich es machen. Für 15 Mimic verkaufe ich es mal. So, kann ich hier mal irgendwas claimen? Unclaimed Stand. Aha. Aha. Angeblich ist der unclaimed. Aber wieso komm ich dann da nicht drauf? Äh, fuck. Ich mach noch, bis die Zeit vorbei ist. Schnell. Ja, also ich komm hier auf unclaimed nicht drauf, dass es alles irgendwie verwandt, sozusagen. Hier, man kommt nicht dran. Ich krieg grad zwei Party-Axolotten geschenkt. Dann verkaufe ich die für 250 M. Wieder Plus gemacht. Gut. Die darf ich ja verkaufen, wenn ich sie bekommen habe. So, also habe ich eine Balloon. Da gibt es zwei Party-Axel. Da haben welche was geclamed, ja, die Stände und setzen aber nichts rein. Das finde ich echt blöd. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Die haben überhaupt nichts drauf, ja. Haben aber den Stand geclamed. Ich habe gerade 5 Millionen Diamanten bekommen. 5 Millionen. Das ist ein Ding. Weißt du woher? Ich habe meine VIP-Rewards abgeholt. Das zählt einfach nicht dazu. Oder was hier gibt es nichts zu sehen? Hier ist was. Hier ist eine Titan... Hier ist ein Titanic Jolly Cat. Bei mir auf dem Server hat jemand eine Titanic. Ein Titanic-Pad hat jemand bei mir auf dem Server. Wahnsinn. Darauf kann man reiten. Das schaue ich mir dann nachher mal an im Video. Super. Hier verkauft einer ein Ghoul Horse. Ghoul Horse? Für wie viel? Für 62 Billion, also Milliarden. Hallo? Ja. Das ist 11 Millionen oder 10 Millionen wert? Ja. Der verkauft das für überteuerte Preise. Die können keine Quadrillionen haben. Das ist ja alles viel zu teuer. Können die doch gar nicht. Ach, das ist doch alles viel zu teuer. Die können keine Quadrillionen verkaufen. Ja, können tun sie schon. Wenn es niemand... Kann man für Kuh verkaufen? Das möchte ich jetzt wissen. Das habe ich noch nie gemacht. Man kann für Kuh verkaufen, ja. Was? Für Kuh? Ja, die können es ja auch. Okay. Ja, dann mache ich. Fünf. Cool. Ach, die wollen ja alle viel zu viel. Also ich gehe jetzt wieder raus. Man kann nur für 10 Trillionen. Wir treffen uns vorne. Äh, die Zeit ist noch nicht vorbei. Ich mag jetzt aber nicht mehr. Ich kann hier weder was kaufen noch verkaufen. Mit mir tradet keiner mehr. Ja, tradet doch noch schnell welche an. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ah. Ist es vorbei. Ja, deswegen würde ich erst mal sagen, wenn euch die Challenge gefallen hat und es euch gefallen hat, dass ich gewonnen habe. Ja, natürlich. Das hat uns allen wunderbar gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.